Kommentare kommentieren. Ich habe gestern ein Video gepostet über ein kurzes Draithaar, Jagdhund auf jeden Fall, und die sehr 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 speziell ist, unheimlich lieb, aber keine Leinenführigkeit. Dieser erst kurz bei den Besitzern ist auch schon durch mehrere Hände gegangen, also dieser Hund hat eine Geschichte und das war keine gute. Und das war gestern die erste Trainingsstunde. Die erste Trainingsstunde und nach einer Stunde Training, weil die macht Intensivtraining, jeden Tag mit zweieinhalb Stunden, ist der Hund, der vorher wirklich gezogen ist, halbwegs vernünftig gegangen. Ich bin ein Hundetrainer, der Fehler macht. Ich bin ein Hundetrainer, der Hunde trainiert, die nicht perfekt sind und nicht einmal meine Hunde sind perfekt. Und ich will auch gar keinen Perfekten. Ich möchte keinen Hund, der wir interessiert, der Zirkusaffe neben mir, gell, wenn die ganze Zeit so ausschaut. Der Hund ist weltklasse. Der hat das so schnell gelernt. Was soll ich euch sagen? Kommentare kommentieren. Es kam, was kommen musste. Was sehe ich hier für ein Training? Das ist kein Training. Das ist ein völlig orientierungsloser Hund, der Grenzen gesetzt braucht. Na dann setzen wir mal Grenzen und jetzt fange ich damit an. Ich habe die blockiert. Ich setze Grenzen, indem ich Menschen, ja, die Tiere, was heißt Grenzen setzen, ja? Ähm, der Hund ist an der Leine, ja? Was für Grenzen will der noch setzen, ja? Der kann sich in einem Radius von 1,5 Meter bewegen. Sind das nicht eh schon Grenzen eng genug? Wie eng willst du die Grenzen noch setzen? Willst du ihm noch eine reintreten, wenn er die 1,5 Meter Distanz verlässt? Mach ruhig, aber lass dich nicht von mir erwischen, ja? Guter Tipp. Wisst ihr, wie oft ich Schnappatmung kriege, wenn ich andere Trainer zufällig beobachte und dann jemand sage, Andreas, ich zahl nix, halt die Pappen, Andreas, ich zahl nix, halt die Pappen, und dann sage ich, du Volltrottler, Alter, Hirn! Trainer, Donauzentrum, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, wie du da wirst, von einem Wurscht, ja? Donauzentrum, viele Menschen, und da gibt es die Brücke vom Alten zum Neuen Donauzentrum, die ist relativ schmal und da ist immer relativ viel Gewussel und da ist einer auf die Idee gekommen, ein Junghund, 6, 7 Monat, 8 Monat, Magierwischler, auf der Brücke, auf der Brücke, wo die Menschen kreuz und quer Koffern abzulegen, abzulegen, ja? Und sich mit der Besitzerin zu entfernen und sie 3, 4 Meter von dem Hund wegstehen und der Hund liegt allein mitten im Donauzentrum auf der Brücke und die Leitkoffern an dem Hund vorbei. Alter, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Mach eine Umschulung zu Fußpfleger, ja? Bitte! Weil Hundetrainer bist du keiner. Ich bin kein emotionale Mensch, ich merke es, ich bin die Ruhe schwächt. Die Leute, die mit mir trainieren, sagen, bist du Depper, du hast ja die Urruhe. Dann sage ich, ja, mit Tieren habe ich auch die Urruhe. Wenn ich draußen bin, ich bin ein völlig anderer Mensch, wenn ich mit meinen Tieren gehe. Ich gehe in irgendeine Stadt, eine Sicht, zwei Menschen und eskaliere. Wie kann ich einen Hund alleine auf einer Brücke unter mir, erstens einmal, hast du es, weißt du, was er lernt? Er lernt, auf euch kann ich mich nicht verlassen. Ihr lasst mich in der größten Gefahrensituation, nicht nur Allah, ich muss liegen. Ah no, Hundebegegnungen, liegen, bitte, ganz, ganz wichtig, ich sage das immer, immer, immer wieder, bis das endlich alle kapieren. Wenn ein Hund neben dir steht, an der Leine, dann ist er eh schon an der Leine, das heißt, er hat ein Handicap, aber er steht. Das heißt, in einer Gefahrensituation kann er schnell reagieren. In dem Moment, wo dein Hund neben dir sitzt, ist er schon gehandicapt. Das heißt, wenn ein anderer Hund auf dich zukommt und dein Hund sitzt, ist dein Hund ein Opfer. Weil wenn er sitzt, bis er aufsteht und bis er sich wehren kann, ist er der Unterlegene. Und wenn man das dann noch doppt und den Hund hinlegt, wenn Hundebegegnungen sind, dann ist dein Hund ein Doppelopfer. Weil bis der aufsteht und flüchten kann oder sich wehren kann, hat er schon dreimal gehabt. Und das weiß der Hund auch. Das heißt, nein, der liegt, meine Hunde, wenn wir jetzt eine Hundebegegnung haben, bleiben neben uns stehen. Und ihr werdet es nicht glauben, bei Hundebegegnungen gibt es immer wieder Hund, die sich von sich aus, nach dem Design, aha, der ist gechillt, niedersetzen oder niederlegen und den Hund völlig ignorieren. Wenn der Hund das von selber macht und entscheidet, die Situation sehe ich so entspannt, meine Frau ist neben mir, mir kann nichts passieren, ich lege mich jetzt einmal nieder, ist das völlig in Ordnung. Das macht er von sich aus, weil er vertraut. Wenn ich es ihm aber befehle, dann muss er es machen. Und dann macht er es nicht von Allah. Und alles, was er nicht von Allah macht, hat er das Gefühl nicht dazu. Wenn er das Gefühl hat, sich hinzusetzen oder hinlegen zu wollen, weil er sich sicher fühlt, dann wird er das tun. Tut er das nicht von sich aus, dann fühlt er sich nicht sicher. So einfach ist es. Und Grenzen setzen kann ich sehr gut bei unnötigen Kommentaren und bei Leuten, die ihren Hund missbrauchen, die ihren Hund nicht auf die Bedürfnisse des Hundes eingehen. Ich sage zu den Leuten immer, versetz dich in die Situation deines Hundes. Dir kommt einer entgegen, wo du denkst, ui, der schaut grauer aus. Deist dich niedersetzen? Nein, du darfst dich sogar niederlegen. Never würden wir das tun. Warum verlangen wir das von unseren Hunden? Warum darf er nicht ruhig neben mir stehen? Und ich stehe dazwischen, dass er weiß, ich helfe dir. Ich bin für dich da. Ganz das Einzige, das Aller-Oller-Einzige, was unsere Hunde lernen müssen, ist, mein Frau wird immer und überall an meiner Seite und mit mir und für mich da sein. Soviel zum Thema Grenzen setzen. Soviel zum Thema Grenzen setzen. Soviel zum Thema Grenzen setzen. Vielen Dank.